Ja, ich hätte es einfach der Mannschaft gegönnt und ich glaube, wir haben ein riesiges Spiel gemacht. Und wenn dann ein Spiel durch ein unglückliches Eigentor entschieden wird, dann ist das halt bitter. Und dann ist es letztendlich egal, wen es trifft. Vielleicht hat es mich getroffen, weil ich eventuell dann doch am besten damit umgehen kann. Enttäuschung ist jetzt erstmal groß. Tut es für die Mannschaft leid, ich hätte sie gerne mit ins Elfmeterschießen geführt. Das hat nicht toll sein, der liebe Fußballgott, der war nicht so oft mit mir. Trotzdem Gratulation an den FFC Frankfurt.